Das Projekt Kinder nehmen Kinder an die Hand vom Theater am Torbogen in Rottenburg hat den Lilli-Zapf-Jugendpreis 2015 gewonnen. Dieser wird traditionell am internationalen Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz im Landestheater in Tübingen verliehen und ist mit 500 Euro dotiert. Mit dem Preis soll das Engagement von Jugendlichen aus dem Landkreis Tübingen honoriert werden, die sich alleine oder in Projekten für Respekt, Toleranz, Zivilcourage oder gegen Rassismus einsetzen. Die Jury würdigte vor allem den integrativen und inklusiven Charakter der siegreichen Theatergruppe aus Rottenburg.